Schwanger mit 50, Anfang des Jahres ließ Caroline Ball die Bombe platzen. Für die Moderatorin und ihren Verlobten Philipp Sattler, 34, ging damit ein echter Wunschtraum in Erfüllung. In der Vox Show Apostroph 6 Mütter hat sie jetzt auch verraten, ob sie sich noch weitere Kinder vorstellen könnte. Das erfahren Sie oben im Video. Doch mit ihrem späten Mutterglück erntete die heute 51-Jährige auch jede Menge Kritik. Es gab auch ein paar Kommentare, die waren extrem gehässig, extrem bissig und wirklich beleidigend, erklärt die Moderatorin in der Personality-Doku Apostroph 6 Mütter dienstags um 20.15 Uhr bei Vox. Wenn du mit 20 als Vollasi ohne Schulabschluss und ohne Perspektive ein Kind bekommst, ist das besser? Für Apostroph 6 Mütter ließ sich Ball in der Schwangerschaft und auch im Krankenhaus vor und nach dem Kaiserschnitt von Kameras begleiten. Ich wurde Mutter, weil ich mir das wirklich gewünscht habe und weil ich all die Liebe, Erfahrungen und all das, was sich so in mir angesammelt hat, unbedingt weitergeben wollte. Das war so nötig. Es war ein großes Bedürfnis, steht Ball klar. Natürlich habe sie ärztliche Hilfe in Anspruch genommen. Ich habe Hormon genommen. Ich musste mir Spritzen geben, das war die Hölle, erinnert sich die Moderatorin. Also mir war drei Monate komplett schlecht und allein sich eine Spritze reinzuhauen, jeden Tag, das ist so eine große Überwindung und machst du auch nur, wenn du es wirklich willst. Die Erfolgsaussichten seien damals alles andere als erfolgsversprechend gewesen. Die Chance, dass es klappt, trotz Hormonen und so weiter, lag glaube ich trotzdem unter 5%. Es war also wirklich eine blöde Quote. Geburt per Kaiserschnitt Die kleine Ava kam schließlich um 26 Juni per Kaiserschnitt zur Welt. Kaiserschnitt ist halt das sicherste für das Kind, fast bei ihrer Entscheidung gegen eine natürliche Geburt zusammen. Eine Entscheidung, die auch ihr Verlobter voll und ganz unterstützt. Eine natürliche Geburt trägt Risiken und ich als Partner, sage, ich möchte nicht, dass das Kind oder die Frau auf dem Tisch liegen bleibt. Mit der frisch geborenen Ava in den Armen kommt Ball schließlich aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Das ist das Schönste, was du erleben kannst. Das ist das größte Wunder, das größte Glück, was es gibt. Dass ich das erleben kann, ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Auch wenn aktuell alles um die kleine Ava-Kreise, ihre Karriere will bald trotzdem weiterführen. Ich gehe davon aus, dass ich weiterhin Sendungen moderiere oder Veranstaltungen, Theater spiele, drehe, also das, was ich die letzten 30 Jahre auch gemacht habe. Das wäre verrückt, wenn es nicht so wäre. Spot on News